Guten Abend und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Baldur's Gate in der Enhanced Edition. Ich werde nochmal hier oben auf den Bildschirmrand klicken, bei, oder hinter, Chartail, die überraschenderweise gar nicht mit mir spricht. Ich dachte, die initiiert direkt einen Dialog. Aber gut, denn mir hat Kalendor Grey geschrieben, dass ich im Norden dieses Gebietes noch ein Gebiet übersehen habe und dass ich mich bei den Basilisken natürlich geirrt habe. Die waren tatsächlich auch im alten Spiel so viele Erfahrungspunkte wert, wie sie jetzt wert waren. Also 4000 und 1400. Das hat sich nicht geändert. Ich habe nur gedacht, sie wären viel mehr wert, ja. Um ehrlich zu sein, habe ich die, glaube ich, auch nie gemacht, weil ich hatte immer Angst vor Basilisken damals, als ich Baldur's Gate 1 gespielt habe. Da war ich ungefähr auch 12 Jahre alt oder so. Und wusste noch lange nicht, wie man sich vor sowas schützt. Und oh, was geht denn hier vor sich? So werden wir hier begrüßt. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ich werde mal euch beide wegnehmen. Rajat und Nira, ihr müsst weglaufen. Ihr seid nämlich beide Fernkämpfer. Wow. Und nochmal 1400 Erfahrungspunkte verdient fürs quasi nichts tun. Fürs Phasenspinnen anklicken. Die waren auch mal gefährlicher, die Kerle. Aber das heißt, hier könnten auch noch mehr Spinnen sein. Vor allem könnten hier auch so nette Spinnen sein wie Schwertspinnen. Und auf die habe ich ja gar keine Lust. Die können mir nämlich tatsächlich wehtun. Vor den restlichen Spinnenarten habe ich gar nicht so wirklich Angst. Und ich laufe hier wieder einen Weg, der am Ende einen schwarzen Fleck unten links lässt. Das müssen wir sofort mal vermeiden. Damit ich am Ende nicht so viel durch die Gegend laufen muss. So. Die beiden haben wir super schnell umgebracht. Ja, und deswegen habe ich auch die Tasloi im letzten Gebiet ausgelassen. Da gab es ja auch eine kleine Gruppe von Tasloi. Aber die scheinen es mir einfach nicht wert zu sein. Sie wirklich umzubringen. Ich werde hier auch nicht mit Immun vorrennen. Denn hier erwarte ich keine Basilisken. Hier erwarte ich keinen großartigen Widerstand gegen meine Gruppe. Aber wir werden es sehen. Es könnten Spinnen hier sein. Und so wie im Mantelwald könnten diese Spinnen auch Netzfallen gelegt haben. Das war ja eine Taktik, die haben die benutzt. Von daher sollte ich vielleicht dann doch mit Immun vorgehen. Aber das dauert immer so lange. Vor allem, da ich nicht weiß, ob es hier wirklich Fallen gibt. Oder ob ich das nur aus Paranoia machen würde dann. So, schauen wir mal. Von hier komme ich zurück zum Tempel. Das ist gut. Können wir uns für später aufheben. Denn nach Berekost muss ich wahrscheinlich auch demnächst zurück. Es würde sich zumindest anbieten, das auf dem Weg noch weiter Genwesten zu machen. Um wieder ein bisschen Inventarplatz zu bekommen. So, hier oben kann ich nicht an den Bildschirmrand klicken. Was ich interessant finde. Denn nördlich von hier gibt es ganz klar noch Gebiete. In denen ich sogar schon war. Wahrscheinlich gibt es da nur keinen Weg, den man gehen kann. Man muss wahrscheinlich außenrum über den Tempel und über Berekost gehen. Wenn man da irgendwo hin will. Oh, ein Waldschrat. Auch nicht das häufigste Monster, das wir getroffen haben während unserer Abenteuer hier. Ich glaube, die machen einen krank. Zumindest haben sie eine Chance, einen krank zu machen, wenn sie einen denn treffen. Und wenn ich mir das so anschaue, haben die da eine ganz gute Chance. Denn die stehen ja eine ganze Weile gegen meine übermächtige Gruppe. Aber zum Glück ist nichts passiert. So, was haben wir denn jetzt hier? Also ich denke, ich gehe erstmal hier nach Süden ein Stückchen, damit der schwarze Bereich weg ist. Oh, hallo. Dich hätte ich fast nicht gesehen. Farrington, du bist hier sehr gut getarnt. Dann wollen wir dich mal umzingeln. Und anfangen mit dir zu sprechen. Was willst du? Hallo Reisende, ich bin Farrington. Ein Tasloy hat meine Weisheitsformel gestohlen und ist nach Osten geflohen. Zur Behausung der Waldschrate. Der arme Tasloy ist inzwischen wahrscheinlich mausetot, aber die Waldschrate wissen den Wert der Formel bestimmt nicht zu schätzen. Wenn ihr sie mir wiederbringt, verbessere ich euer Karma. Das verspreche ich euch. Uh, unser Karma? Sind wir hier plötzlich in Fallout gelandet? Oder warum habe ich Karma? Farrington. Hm. Sucht eine Formel der Weisheit. Hey, ich sage dir eins, wenn die gut ist, dann behalte ich die. Oh, 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 oh. Eine große Spinne. Okay, eine große Spinne ist okay. Ja. Ich, ah, nee. Ich bin lieber vorsichtig und laufe da nicht zu weit rein. Denn jetzt, wo ich da so viele Spinnen gesehen habe, vermute ich tatsächlich Fallen in der Gegend. Aber große Spinnen sind zum Glück kein großes Problem. Ich hatte erst Angst, es wären vielleicht Schwertspinnen. oder so. Aber große Spinnen sind deutlich handzahmer. So, Amon, dann sei mal mutig. Ich wünsche, du könntest dich im Schatten verstecken und währenddessen Fallen suchen. Dann wäre das Ganze nämlich sehr gefahrlos möglich. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr euch vorstellen könnt. So, Waldschrate sollen hier im Osten sein. Also, ich sehe vor allem Spinnen jetzt, wenn ich drüber nachdenke. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, wir treffen noch mal ein paar Phasen, Spinnen, denn die sind relativ einfach zu besiegen und relativ viele Erfahrungspunkte wert. ist auch eine sehr friedliche Musik gerade, die hier läuft. Für ein sehr, ja, für ein sehr schönes Gebiet. Das muss ich nochmal sagen, die Gebiete in Baldur's Gate 1 sind einfach schöner als in Baldur's Gate 2. Zumindestens sage ich das jetzt mit der hohen Auflösung, die ich hier habe, die ich in Baldur's Gate 2 noch nicht hatte. Ich habe mir jetzt erst letztens Baldur's Gate 2 in den Hards Edition gekauft, als es es für 4,99 gab auf Steam. Und ich habe also Baldur's Gate 2 noch nie in einer hohen Auflösung gespielt, aber soweit ich das hier sehe, gefällt mir Baldur's Gate 1 sogar besser. Ja? Also zumindestens grafisch von den Außengebieten. Die sind alle sehr schön. So, das wird dann wohl die Schriftrolle sein, die ich suche. Hey, 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 hey. Was machst du da? Warum läufst du zu Viconia, du Waldschrat? Was hast du mit Viconia vor? So, Nira hat keine Pfeile mehr, beziehungsweise ich muss die Hand wechseln. Und dann geht's weiter. Die haben beide Schriftrollen fallen lassen. Und Edelsteine, die gar nicht so wenig wertvoll aussehen. Ja, doch, die sind wenig wertvoll, ich sehe es. So, die beiden Schriftrollen. Die sehen von hier so aus, als wären das astreine Rubine oder sowas, wegen dem roten Ton. Ja, es ist ein bisschen schade, dass das nur so günstige Edelsteine sind, die höchstens ein paar Goldmünzen wert sind. Die werden wir gar nicht erst aufheben. Ja, besparen wir gleich doppelt und drei, einfach Zeit, so. Diese Schriftrolle, hm, würde ich schon gerne identifizieren, bevor ich die dem Kerl gebe. Oh ja, ich muss dringend in die Stadt zurück. Dann leg mal deine Rüstung auf den Fußboden, mhm, und versuch sie nicht zu vergessen, das ist der Fluch der Torheit. Ha, es wäre unklug, diese Schriftrolle zu lesen. Denn es könnte den Tod herbeiführen, oder so ähnlich. Das ist nicht die Schriftrolle der Weisheit. Aber wenn der andere ein Tor ist, dann könnte er glauben, dass es eine Weisheitsschriftrolle ist. Ist es eigentlich so, wenn man zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, was die Schriftrolle macht, wahrscheinlich setzt sie die Weisheit auf drei, oder sowas. Wäre man dann eigentlich sich dessen bewusst, oder wäre man einfach durch seine geringe Weisheit so langsam, und so, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, so verständnislos, dass man quasi ein geistig Behinderter ist, und das vielleicht gar nicht mitbekommt, dass einem gerade was Schlimmes passiert ist. So, ich schicke jetzt echt Immonen vor, ich weiß gerade, wo das herkommt, wahrscheinlich meine Spinnenangst. Und ich finde, es gehört sich auch so, man muss Diebe nach vorne schicken, um nach Fallen zu suchen, und wir gehen einen Schrittchen. Ja, 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 da kommen eine Menge. Schwertspinne, Geisterspinne, und noch irgendeine Spinne. Für die Geisterspinne brauche ich magische Waffen, und die Schwertspinne, die muss auf jeden Fall sterben. Ne, warte mal, du bist die Schwertspinne. Also die Schwertspinne muss zuerst sterben, würde ich sagen, denn die hat fünf Angriffe für die Runde, und ist dadurch sehr gefährlich. Oh, 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 oh. Okay. So, ihr geht auf die Geisterspinne mit euren magischen Waffen, und ihr geht einen Schritt zur Seite. Oh, da flog ein Netz. Da flog ein Netz. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich weiß nicht warum, aber da war ein Netz eben. Ich hab so, ich hab so was gesehen. Ihr schießt einfach mal auf diese Riesenspinne. Oh, oh. Ah, Vikonia, du bist in der Front, oder an der Front jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Da flog schon wieder ein Netz. Die werfen Netze, diese scheiß Spinnen. Das hab jetzt nicht nur ich gesehen, oder? Mal sehen, mal beobachten. Ich schau ganz genau hin. Wenn ich's hinbekomme, drück ich's sogar auf Pause im richtigen Moment. Aber ich glaube, das passiert nicht mehr. Okay, gut, wir haben gewonnen. Gegen Riesenspinnen und auch eine Geisterspinne. Ich schau nur noch mal schnell nach. Ja, 1400 Erfahrungspunkte auch für die Geisterspinne. Das ist auch wieder eine Menge. Gut, Emon, du vor. Du hast ja dann wahrscheinlich als Nächster dein Level ab. Nein, Nira ist der Nächste. Nira. Ja, und dann kommt Bracket. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Oh, hallo, 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 hallo. Kommt doch hoch zu mir. Liebe Waldstrahte, dann muss ich nicht zu euch runterkommen. Was mach ich denn hier eigentlich gerade? Ihr greift an und du stellst dich nur hier hin und suchst nach Fallen. Dann sparen wir schon mal ein paar Sekunden. Und können vielleicht ein bisschen mehr nach Süden gehen sogar. So, der Waldstraat ist vergiftet. Super. Das Gold nehme ich an mich. Den Rest lasse ich liegen. Denn ich verschwemmiert. Naja, die sind auch Erfahrungspunkte wert. Also es gefällt mir. Es gefällt mir jetzt relativ stark zu sein und einfach so ein paar Leute abmätzen zu können, die 600, 700 oder auch 1400 Erfahrungspunkte wert sind. Das ist ein schönes Gefühl. Vor allem in Baldess geht eins, wo die Level nicht ganz so viele Erfahrungspunkte brauchen. Ich habe genug davon. So. Ja, ich denke, wir gehen erstmal in die Richtung. Ich denke, wir können irgendwann ein bisschen später noch nach Süden hier unten in die Ecke gehen. Aha, eine Falle. Okay. Da bin ich reingerannt. Aber ohne Spinnen ist das gar nicht so tragisch. Ne, kann man einfach drum rumlaufen und oh, hallo. Da habe ich schon gesagt, ohne Spinnen ist das gar nicht so schlimm und dann kommen die Spinnen. aber Emon ist ja wohl die Einzige, die damit ein Problem hat und das ist auch eher theoretisch jetzt, wo sie rausgerannt ist aus der Scheiße. Super. Super, super, super. Vielleicht muss ich mir dann doch gar keine Gedanken mehr drüber machen. Vielleicht sollte ich mit Dorn hier rumrennen, der ja nicht in Netzen festhängt und versuchen, die Fallen einfach auszulösen, wenn hier noch welche liegen. Und dann, sobald er sie ausgelöst hat, renne ich einfach wieder raus. Das wäre doch fast eine bessere Strategie. Da muss ich nicht die langsame Mohn mit ihrem Fallensuchen vorschicken. Aber zuerst, was ist das denn hier? Das sieht aus wie ein Tempel, der mal auf Säulen, also das sieht aus wie Säulen hier und da könnte so ein Tempeldach drauf gewesen sein und das hier ist verdächtig rot, verdächtig blutrot. Also das ist bestimmt kein guter Ort. Hübsche Roben und alle sind blond. Alle sind blond. Kann ich hier oben drauflaufen? Ah, nee, geht nicht. Also ich habe mich hier quasi von hinten angeschlichen und habe hier über diese Ecke drüber geguckt und deswegen haben die mich wahrscheinlich gar nicht gesehen von der anderen Seite, weil ich hier auf die Zehenspitzen gegangen bin. Man sieht ja, dass der Schatten hier sehr lang ist. Also wahrscheinlich ist das eine ganze Ecke tiefer als dieser Aufbau hier, als diese Steinplatte. Also gut, dann werden wir mal schauen, was ich diesen Kerlen da antun kann. Denn natürlich werde ich denen was antun. Was denkt ihr denn? Das werden irgendwelche Dreckssäcke sein, das sind ja alles Magier. Oh ja, tatsächlich sehr hoch. Hier vorne kann man sehen von der Perspektive her. Das ist Denak. Wie schade, dass wir euch an einem Tag so wie heute kennenlernen müssen. Normalerweise haben wir gerne Besuch, aber in diesen unruhigen Zeiten ziehen wir es vor, unsere Ruhe zu haben. Wir können es uns einfach nicht leisten, dass jemand unseren Aufenthaltsort erfährt. Deswegen müsst ihr sterben. Ich habe keine Angst vor einem Haufen rotgekleideter Irrer, die sich aufspielen wollen. Eine ganze Gruppe arroganter Weichlinge. Welch eine Belohnung. Euer Tod wird umso süßer sein. So, jetzt machen wir mal direkt Pause. Und dann werde ich da mal draufklicken. Bracket aber zur Seite nehmen. Uh, ich könnte Feuerbälle da hinschießen. Aber warte mal, wir werden tatsächlich ein Netz hier hin zaubern. Das habe ich lange nicht gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass diese dreckigen Magier da hinten, oh Gott, das sind viele. Aber das wussten wir ja. Dass sie schlechte Rettungswürfe haben, oder? Das ist doch so, komm. Aha, deine Steinhaut ist weg, du Drecksack. Hey, da hat man hilfsmagische Geschosse. Das ist nicht okay. Auf auf Mira zu werfen. Und was macht ihr da oben? Das ist auch nicht okay. Strahl der Schwächung. Ah, renn da mal rein. Renn da mal rein, Dorn. Auf nach vorn. Und Bracket, du kannst dich ja mal dem Kerl da ... Oh oh. Ja, das habe ich mir besser vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, erfolgreicher, ja? Aber schauen wir mal. Bis jetzt ist ja noch nichts verloren. Die konzentrieren ihre, ihre Angriffszauber auf die falschen Leute. Ich ziehe die richtigen mal weg. Und Dorn steht da mehr oder weniger unbeherrlicht im Netz. Leider haben die auch alle, oder bis auf eine, Schutzzauber gegen diese Netze. Oh, verwirrung war das. Und ich habe einen Nelf-Säure-File abbekommen. Ist auch nicht nett von denen. Na gut, wir werden mal, also der erste ist explodiert, das ist schon mal gut. 300 Erfahrungspunkte für uns. Und Bracket ist im Netz hängen geblieben. Und damit meine ich nicht das Internet, da bleibe ich zwar relativ regelmäßig hängen, aber das ist angenehmer als das hier. So, dann schaue ich jetzt eigentlich nur, dass meine Leute nicht sterben. Meine Fresse, seid ihr immer noch am Leben, Darnik? Ja. Uh, Bracket, 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 du kannst aus dem Netz raus. Du musst nicht im Netz bleiben, du kannst dir hier die Frau. Oh, 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 was macht ihr da? Was macht ihr da? Du bist die Einzige, die sich noch bewegen kann? Das ist ja... Haha, haha, alles richtig gemacht, alles richtig gemacht. Ach, du heilige Scheiße. Ich hätte mich über die Kerle hier nicht so echauffieren sollen, oder beziehungsweise ich hätte sie nicht so kleinreden sollen. Das sind eine ganz unangenehme Bande. Ich nehme einen Haltrank. Vielleicht auch mit Dorn. Der steht schließlich nicht ganz allein davon. Ha! So, dann... Oh, oh, ja, schieß auf Ikonia. Solange du auf Ikonia schießt, ist alles in Ordnung. Die hat eine 50-prozentige Chance, dass das nämlich vorbeigeht. Ihr drei seid immer noch alle im Pennen, was gar nicht mal schlecht ist. Oh, okay. Ich überlege es mir noch mal. Sonnenfeuer habe ich ungern abbekommen. Oh, ne, es war sogar Feuerball. Richtig, die kann ja Feuerball benutzen, weil sie ist ja in dieser scheiß Kugel hier drin. Das heißt, sie bekommt davon ja überhaupt nichts zu spüren. Das ist sehr unfair von ihr. So, du kannst mal gefälligst deine Waffe vergiften. Das wäre eine gute Idee. Mach mal. Und dann haust du dem noch mal eins drauf jetzt. So, ist die Frau da unten jetzt tot. Habt ihr das langsam hinbekommen? Es wäre mal Zeit. Zeit. So, der ist dem Tode nah. Dann gehst du auf die da oben. Vielleicht ist er ja vergiftet. Ja, er ist vergiftet. Dann ist er sowieso tot. Super. Die Frau da unten habt ihr gleich umgebracht. Bikonia, nehmen wir deinen... Ah, ne. Jetzt kannst du wieder in den Nahkampf gehen. So, du greifst da oben weiter an. Das ist gut. Ja, ja, ihr macht Nahkampf mit der Frau. Wechseln wir auf Fernkampf. Das kann Brackel alleine zu Ende bringen. Und Dawn braucht da oben Hilfe. gegen einen Schreckenswolf und zwei Tasloi, die beschworen wurden. Ah, Brackel hat jetzt seine Frau da unten alleine abgemetzelt. Sehr gut. Bin stolz auf dich. Dann macht ihr mal weiter hier. Bitte, Tasloi töten. Uh, sehr gut. Und nochmal gut. Ja, Baldesgates ist leider eins dieser Spiele, wo beschworene Kreaturen nicht verschwinden, sobald der Charakter, der sie beschworen hat, tot ist. Das gibt es ja in anderen Spielen. Ich glaube, zum Beispiel in Morrowind ist das Standard. So, jetzt habe ich eine ganze Menge eingesteckt für wahrscheinlich ganz wenig Belohnung. Aber gut, so ist halt das Leben. Er hat den Platz. Du hast sogar noch am meisten Platz wahrscheinlich. Dann sammel du mal auf. Uh, 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 was ist das? Das ist Magie zerstören, das Magie bannen, das nur feindliche Magie trifft. Und das ist ein Ring. Das hat sich dann doch schon gelohnt. Denn magische Ringe sind immer gut irgendwie. Ja, auch wenn man sie findet und nicht weiß, was sie können, magische Ringe lohnen sich immer aufzuheben. Und wir haben zwar relativ viel eingesteckt. Ja, ich denke, das ist fair zu sagen. Wir haben richtig viel eingesteckt. Was mache ich denn jetzt? Ihr seid alle zu weit weg, richtig? Ja. Ich hasse mein Inventar. Warte mal. Ach, du bist auch voll. Du bist auch voll. Nee, bist du nicht. Aber fast. So, du kannst die dem geben. Ja, du kannst die dem geben. Benutze Wörter, benutze Namen, Bracket. Dann werden wir dir das Teil da oben geben. Dann kannst du schon mal die ganze Schrift Rollen wegpacken. Super. Ich finde es auch toll, dass diese Schriftrollenbehälter endlos tief zu sein scheinen hier in Baldus Gate 1 in der N.H. Edition. Das war ja längst nicht immer so. Mal ganz zu schweigen davon, dass es in der Standardversion gar keine Schriftrollenbehälter gab. Waren die hier in Baldus Gate 2 auch endlich? Und das scheint hier nicht so zu sein und das finde ich sehr gut. So, du kannst das Ding mal dir geben. Ja, und dann geben wir dir den Ring und dann schauen wir uns direkt mal an, was der Ring kann. Denn darauf bin ich neugierig. Das ist der Energiering! Ha! Den kann man im Abenteuers allerlei kaufen in Baldus Gate 2. Der Sieger. Zumindest glaube ich das. Ich habe ihn nicht oft gekauft, weil so gut ist er nicht. Diese von Magiern der Drow aus dem Unterreich hergestellte Waffe wurde in einer arrangierten Schlacht zwischen zwei rivalisierenden Häusern eingesetzt. Beide Seiten konnten zu ihrer Unterstützung jeweils ein einziges magisches Hilfsmittel einsetzen. Dieser Ring war die Waffe, die vom Sieger des Kampfes verwendet wurde, obwohl er sie nie selbst in den Händen hielt. Sein Bruder trug den Ring und gab damit einen Schuss aus der Menge ab, wodurch sein Gegner direkt in den Rücken getroffen wurde. Alle waren der Meinung, dass dies eine brillante Interpretation der Regeln gewesen sei. Aber sollte da nicht Magieresistenz gegen helfen? Eigentlich. Jedenfalls kann man damit quasi ein magisches Geschoss auf jemanden schießen. Das macht zwischen zwei und zwölf Schadenspunkten und naja, erlaubt keinen Rettungswurf, was ich schon mal gut finde. Wir haben anscheinend 19 Ladungen und ich glaube auch, dass das jeder benutzen kann. Die Frage wird nur sein, wem gebe ich das, weil wer ist am wahrscheinlichsten in der Lage, oh, oh, warte, 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 ich habe meine Rüstung vergessen. Hm, 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 hm. Ja, so fängt es an, Freunde, so fängt es an. Dann lässt man den 8000 Goldmünzen harnisch da liegen und, äh, naja, schlimme Dinge nehmen ihren Lauf. Ja, und ich habe ein Problem mit meinen Heilzaubern. Wenn ich mir das so anschaue, ich werde die Kronia auf jeden Fall auch noch ein bisschen heilen, denn 17 Lebenspunkte sind zu wenig. Ja, besser geht es halt im Moment nicht. Gut. Dann schau du mal da oben nach, Immon. Vielleicht liegen hier ja noch Fallen. Hm. Na gut, Fallen hätte ich jetzt sowieso nicht gefunden, so wie ich da hochmarschiert bin, aber, äh, vielleicht hätte ich ja eine versteckte Tür finden können oder sowas. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Achso, wollen wir direkt zu dem Kerl da oben gehen, weil ich glaube, der Fluch, den ich gefunden habe, der könnte das sein, was er sucht. Wo, wo ist er denn nun aber? Hier? Ich glaube, hier stand er. Es könnte sein, dass das genau das Ding ist, was er haben will. Was willst du? Ah, meine Formel. Nehmt sie nur mit euch. Sie wird eure karmische Essenz erhöhen. Aber, stopp. Du hast mir diese Formel gegeben und willst jetzt, dass ich die benutze, aber du weißt, dass sie verflucht ist. Weißt du, was wir jetzt mit dir machen? Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellt. Ist eure Aura in letzter Zeit an Weisheit gewachsen? Äh, du Arschloch. Ich gucke nur gerade, was wir für einen Ruf haben. 13 beliebt. Weil ich habe totale Lust, dich einfach anzugreifen und umzubringen. Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Okay. Kein Rufabzug, das fände ich schon mal gut. Danke für dein Gold. Ja. So werden Leute bestraft, die mich auf Quests schicken, die unnötig sind und die mir dann noch eine verfluchte Schriftrolle als Belohnung andrehen wollen. Ja. Der ist jetzt tot und er wird keinen weiteren Reisenden mehr ins Unglück stürzen. So wie er das zweifellos schon mit vielen Abenteurern gemacht hat. Und ich habe 60 Erfahrungspunkte gewonnen. Hä? Ist das nicht toll? Und Dorn hat mal wieder jemanden bestraft. Uh, 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 uh. Lauf weg, lauf weg. Waldschrater sind ja zum Glück nicht unbedingt die schnellsten, aber man kann ja trotzdem wegrein. Racket steht irgendwie in Dorns Schatten und kommt nicht raus. Ah, jetzt hat er es geschafft. So ist gut. Spreicht und verschwindet. Das ist nur eine Silberkette. Denn ich verschwinde jetzt. Die lassen wir da liegen. Da habe ich jetzt nicht unbedingt das größte Interesse dran an der Silberkette. Und dann machen wir das mit Dorn so, oder? Dorn rennt ein bisschen nach vorn und, äh, versucht noch ein paar Fallen auszulösen. Die sind ja sowieso nicht viele Erfahrungspunkte wert beim Entschärfen. Also komm, rennen wir hier in der Gegend rum. Mit meinem guten Dorn. Wäre natürlich lustig, wenn jetzt hier eine Falle explodiert, die, äh, irgendwas Gefährlicheres hat als ein Netz. So eine Feuerballfalle oder irgendwie sowas Bescheuertes. So, das scheinen wirklich nur zwei große Spinnen zu sein. Das ist okay. Die kriegen wir ja tot. Ja, macht einfach weiter. Und schon haben wir 270 Erfahrungspunkte verdient. Mal zwei sogar. Und ich denke, das Gebiet ist, äh, absolut ausreichend erkundet, richtig? Ja. Toll. Stellt sich selbst eine Frage und beantwortet sie danach gleich. Ja, ja. Durchs Let's Plane wird man wunderlich. Und, äh, wo könnten wir jetzt hinreisen? Ich habe auch immer noch nicht herausgefunden, was das Problem hier in entweder Peltvale oder Larswood war, wo es ein Druiden-Lager gab, äh, was meinen Rechner zum Abstürzen gebracht hat. Da hatte ich leider jetzt noch nicht die Muße zu, mich da umzuschauen. Aber hey. Hm. Was ist denn, wenn ich nach Bregost reise und dann nach Ulcasta? Ich habe... Oder gehen wir nach Neshkel. Warte mal, wenn das hier 32 Stunden weit weg ist und das hier nur 36, dann müsste Neshkel theoretisch näher dran sein an Ulcasta und diesem Gebiet als Bregost und somit sollte ich nicht müde sein, wenn ich von Neshkel nach hier reise. Aber wenn ich von Bregost nach hier reise, sollte ich müde sein. Also reise wir nach Neshkel. Mhm. Lange unnötige Erklärung, warum ich lieber nach Neshkel reise. So, dann schauen wir mal, ähm... Ja, ich denke, ich werde erst mal hier rein marschieren. Gucken, dass ich ein paar Sachen loswerde. Uh, uh, uh. Und ich habe ja magische Gegenstände, die ich noch nicht identifiziert habe in meinem Inventar. Also das wird dann doch ein bisschen länger dauern sogar noch. Ja, denn so viele Zauber zum Identifizieren habe ich nicht mehr. Nur noch zwei, um ehrlich zu sein. Oh, uh. Benannte Rüstung sogar. Steifes Leder. Okay, also es ist nicht wirklich ein Name. Es ist eher, äh... Naja. Sie ist nicht benannt. Diese Rüstung aus gehärtetem Leder quietscht wie ein neues Paar Schuhe. Ihren Mangel an Heimlichkeit macht sie durch ihre Härte wett. Sie schützt ihren Träger vor den meisten harten Schlägen. Mhm. Leider ein Minus auf leise bewegen. Das ist unakzeptabel für meine Zwecke. Und ich kann tatsächlich Schwerter Plus Eins noch nicht durch angucken identifizieren. Das ist tragisch. Das ist wirklich tragisch. RK-7-Armbänder. Ja. Und damit sind wir am Ende mit meinem Latein. Das ist schade. Ich brauche eine ganze Ecke an Identifikationszaubern. Uh, 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 uh. Die können alle weg hier. Da können wir identifizieren für lernen. Ich denke, wir werden auch die beiden rauswerfen. Denn ich habe ja gesehen, dass ich mindestens zweimal das noch als Schriftrolle habe. Das heißt, ich kann im Notfall kann ich das einfach darüber machen. So, und dann gehen wir rasten. Möge die Dunkelheit herrschen. Ich höre zu. Dann gehen wir rasten. Das waren alle von uns. Das geht das nämlich nicht. Ja, du hast alle deine Zauber benutzt. Ich denke, wir haben dann genug Zauber, um alles zu identifizieren. Oh, hallo Khalid. Hallo Yahira. Ich habe ganz vergessen, dass ich euch hier geparkt habe. Das war schon toll mit euch. Wenn ich das mal so sagen darf. Damals. Ganz am Anfang. So, Langschwert plus eins. Nochmal RK-8 Armbänder. Noch ein Langschwert. Uh, ich sollte vielleicht mit Nira lieber machen. Ich hebe mir Brackets Zauber ja ganz gerne auf. Noch ein Langschwert. Ein Bustardschwert plus eins. Ein Morgenstern plus eins. Alles relativ Standard, aber für Baldus geht eins richtig gute Waffen natürlich. Und wenn ich mehr Leute hätte, die Waffen benutzen, wäre das tatsächlich auch nützlicher für mich. So, schauen wir noch einmal nach der Sagenkunde. Emon hat 28 und Nira hat 25. Das heißt, Emon ist immer noch die mit der besten Sagenkunde. Das hat sich noch nicht geändert. Ich glaube, irgendwann wird Nira sie überholen. Vielleicht. Vielleicht, ja, vielleicht. Mal schauen. Da müsste ich jetzt lügen. Ich glaube, Baden bekommen sogar... Ne, ich kann euch nicht sagen, wie viele Sagenkunde eine Klasse pro Stufe bekommt. Aber Baden bekommen am meisten. Dann kommen, glaube ich, Magier und dann kommen Diebe. Hm. Kann aber auch sein, dass Magier und Diebe auf dem gleichen Level sind und dass sich das deswegen für Nira nie ändern wird, dass sie die zweite ist. So, die Feuerschutzrobe und die Blitzschutzrobe, die kann ich durch Anschauen identifizieren mit Emon. Das ist eine gute Nachricht. Dann werden wir das genauso weiter treiben. Oh, die nicht, aber die. Wunderbar. Dann kannst du die auch identifizieren. Und den Speer? Nein. Stopp. Das kriegst du. Du ziehst es wieder an. Okay. Ein Wändespeer. Uh. Eine verfluchte Waffe. Diese verfluchte Waffe erscheint als magischer Speer. Entsteht jedoch eine Kampfsituation, und der Träger greift einen Feind an. So richtet sich die Waffe auch gegen den Träger selbst. Bei jedem Angriff greift der Wändespeer sowohl den Gegner als auch den Träger an. Es handelt sich um eine mächtige Waffe. Man sollte sich jedoch gut überlegen, ob sein Nutzen seinen Schaden aufwiegt. Den Wändespeer kann man nur durch die Anwendung von Fluchbrechen wieder ablegen. Oh ja. Oh. Schwert plus, äh, Speer plus 3. Man erleidet allerdings jedes Mal 3 Schadenspunkte, wenn man den benutzt und das ist, äh, zu heftig, finde ich. Das ist eine Robe des Abenteurers. Da hatte ich mir jetzt mehr versprochen, nachdem ich die nicht identifizieren konnte. Aber was hilft es schon, sich zu beschweren? Nichts. So, den Ring gebe ich. Uh, wem gebe ich den Ring? Dir nicht? Nee. Nee. Irgendjemandem? Ja, dir. Du hast ja auch noch den Ring der Tierfreundschaft, den ich noch nie benutzt habe. Dann kannst du auch den anderen Ring haben und nie benutzen. Versuchtsschritt zu halten. Gehen wir zurück zum Händler und, äh, machen das ganze Zeug zu Kohle. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es mir vorstellen könnt. Ja. War ein eigenartiger Text. Irgendwie hab ich nicht verstanden, dass er mit mir handeln will. So, ich werd dir erst mal all diese Roben verkaufen. Das lohnt sich doch schon mal ein bisschen. Ja, 750 Goldmünzen so gemacht. Dann kannst du wahrscheinlich auch alle meine Edelsteine haben. Uh, ich hab sogar ein Diamant. Das ist nicht schlecht. Und eine Perlenkette. Uh, die aufzuheben hat sich wirklich gelohnt. Im Gegensatz zu den Silberketten, die fast genau gleich aussehen. So, dann schauen wir bei Bracket rein. Der hat die ganzen Langschwerter plus eins, die ich natürlich verkaufen werde. Für 500 Goldmünzen das Stück. ist das ganz okay. Aber mich überrascht der Preis dieser Abwehrarmbänder. Das ist enorm hoch, dafür, dass sie nicht wirklich gut sind. Aber eine nette Überraschung. Also, hab ich wieder was gelernt. Abwehrarmbänder mitnehmen, das lohnt sich. So, die Schleuder plus eins kann weg. Uh, ja. Und bei dir kann, uh, das ist nicht deiner, oder? Ne, das ist einfach nur ein Kampfstab. Nicht speziell Niras Kampfstab. Der Wendespeer kann weg. Ich hab niemanden, der einen Speer benutzt. Und ich habe auch kein Interesse an dem verfluchten Gegenstand. Uh, die Pfeile werden teuer. Mhm. Aber gut, ich denke, damit bin ich los geworden, was ich loswerden wollte. Bei den Tränken werde ich einfach alle behalten, die ich habe. Der Kerl hier kauft sowieso keine. Das ist schon mal ganz interessant zu wissen. Wir könnten, wir könnten in den Tempel reingehen. Ja, das machen wir auch. Und da könnte ich mir dann tatsächlich eine Fleisch-zu-Stein-Rolle kaufen. Das ist ein Bedürfnis, das ich habe. Dann könnte ich nämlich die Frau, die in Mutamins Garten war, noch befreien, wenn ich da noch mal vorbeikommen sollte. Ah ja, okay. Bei dir muss ich gar nichts sagen. Du gehst sofort in dieses Menü. Ja, die kaufen wir. Stein zu Fleisch. Stein zu Fleisch. So, das räumen wir weg. Damit haben wir wieder relativ viel Platz. Zumindest bei den Leuten, wo es drauf ankommt. Außer im Mond. Bei der kommt es eigentlich auch drauf an. Das kann man auch stacken miteinander. Dann bleibt wieder ein Pfeil übrig. Das ist doch nicht, das ist ästhetisch nicht schön. Diese Ein-Pfeil-Stacks. Das geht mir auf den Sack. Die werde ich irgendwann verschießen, wenn das so weitergeht. Aber gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. noch zwei. Bis zum nächsten Mal.